Herzlich Willkommen zurück zu Super Mario Bros, dem allerersten Teil der Super Mario Bros Reihe. Wir befinden uns in Welt 4 und haben im ersten Part die ersten drei Welten komplett mit Bowser Fight abgeschlossen. Und ich habe Angst vor Lakitu, weil hier war er wirklich noch ein ernstzunehmender Gegner. In Super Mario 64, dreidimensional ist es nicht so schwer ihm auszuweichen, aber zweidimensional ist schon ein bisschen mehr. Oh Gott. Lass mich da rein. Hör auf mit deinen Stachis, um dich zu werfen. Einfach weg. Weiter. Weiter. Ich hätte so gerne einen Pilz. Ich weiß nicht, wo hier einer ist. Oh Gott. Immerhin muss man nicht am Anfang anfangen. Wahrscheinlich wäre da schon irgendwo was gewesen. Hier kann ich auch nicht rein. Ja, die haben sich halt auch gedacht. Wenn es schon ein Lakitu gibt, warum dann in den Untergrund flüchten? Das wäre ja viel zu langweilig. Oh Gott. Na, danke. Da, 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 da. Einfach weiter. Einfach weiter. Ich habe keinen Bock, wieder Game Over zu gehen. Ich hoffe, es wird nicht passieren. Ausschließen kann man es nicht. Aber ich behaupte auch nicht, ich bin der beste Spieler oder so, sondern ich mache es, weil es mir Fun macht. Und ich hoffe, ich hoffe, euch unterhält das Ganze ein wenig. Oh Gott. Oh Gott, sie werden verrückt. Und da, da haben sie so ihre ersten Drogenexperimente gemacht, die Nintendo-Entwickler, und haben sich dann immer weiter gesteigert. Feuerblume, ja, Feuerblume. Hm, wenn wir schon hier gelandet sind. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir zu Warp-Zone kommen, weil das wäre schon ein bisschen doof. Aber okay. Wow. Weil, wie gesagt, in diesen Leveln gibt es eigentlich die Warp-Zones. Hier sieht es noch nicht nach Ziel aus. Ich glaube, hier gehe ich jetzt mal runter. Wir wollen ja auch nicht das ganze Level überspringen. Wäre ja auch langweilig. Oder, oder, oder vielleicht auch nicht. Ja, das war die richtige Entscheidung, weil hier ist das Ende. Wie komme ich denn da am besten rüber? Am besten gehe ich hier runter, habe ich das Gefühl, und springe dann, weil sonst knall ich oben an. Und, ja, dann haben wir den Salat. Besser so. Oh, na, der Sprung war schlecht. Bester Fahnen-Sprung bisher. Ja. Aber hier sind die Fahnen-Springe eh ziemlich egal. Klar, man kriegt immer Superspring-Leben. Ich habe das jetzt gerade voll an diese Trampolin-Pilze erinnert. Aus... ...mkw... ...mkw... ...ah, man darf echt nicht unterschätzen, wie hoch Mario in diesem Spielspiel ringen kann. Darf man nicht unterschätzen. Und ja, ich habe ernsthaft gerade vergessen, dass ich eh eine Feuerblume habe. Aber egal. Ist ja auch egal. einfach weg gut 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 bis jetzt läuft noch in diesem part jetzt kommt aber der browser und das kann alles schon wieder ändern kommen wir keine feuerbälle ok aber gott ist das ein labyrinth schloss ich ahne es da gibt es nämlich mehrere wege und die sache an so einem labyrinth schloss ist ja genau ich bin den falschen weg gegangen die sache an so einem labyrinth schloss ist die wenn ich den falschen weg geht dann muss ich noch mal durch seht ihr in der gute tun kommt kommt der nächste labyrinth artige bereich deswegen sind ja auch keine feuerbälle und ich glaube fast dass der umständlichere weg der richtige ist also gehe ich unten lang gut es hat auch noch einen mittleren aber der untere war schon richtig und wir sind schon da das war ein leichtes schloss dafür ist der browser hier wieder einfacher ohne blöcke und alles nur so ein feuerrad aber wenn man sich beeilt macht das überhaupt nichts und wer kommt diesmal vier toads krass naja danke toads danke toads brüder schwestern wie auch immer kumpels ich frag mich ist ja echt ein zufall dass bowser jedes mal einen tod mehr gefangen hält wieder meine these dass es in jeder welt einen stern gibt aber kann ich leider nicht beweisen weiß jemand von euch ob das wirklich stimmt manchmal sind sie halt offensichtlich versteckt oder offensichtlich ja habe ich mir fast dachte wenn man trotzdem mit ich versuche zumindest dran zu kommen ach so oder wie egal egal ich hätte gleich recht fangen müssen aber ich achte auch ein bisschen auf die zeit und die ist halt auch nicht immer zu großzügig aber hier wäre sie es gewesen nach egal dumm 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 bum 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 nein dumm dumm gibt mir gum gum so nachts im museum ist ein geiler film Erwartet mich gleich mal eine Kanone zu bicken Und ein blödes Trampolin Geh weg Jetzt ist es aber egal, ich spring jetzt nicht um Wenn ich die Trampolins nicht nutzen muss, werde ich es auch vermeiden Oh Gott Böser Hammer, Bruder Du warst kein artiger Junge Oh Gott, das war schlecht Was? 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 Wir waren doch gerade mitten in einer Eislandschaft oder so Und jetzt sind wir unter Wasser Friert es dich nicht, Mario? Äh, okay Okay Wenn es dann bis jetzt wenigstens warm ist Und dann Das war eigentlich nicht mehr ein Plan, Suizid zu begehen Nur weil ich einen Stern nicht erwischt habe Aber dann halt schon Mein Gott Oh Gott Diese Stelle hatten wir dadurch vorher natürlich nicht Selbst das Aber hier in diesem Level wird man wohl Kriegt man es wohl in den Arsch geschoben Deswegen Dennoch Ich könnte jetzt eine Feuerblume haben Wenn ich mich nicht zu dumm angestellt hätte Könnte ist hier das ausschlagende Wort Aber mein Gott Mein Gott Weiter Immer weiter geradeaus Also Immer weiter nach rechts Immer weiter nach rechts, Mario Nicht geradeaus Immer deiner Nasenspitze nach Ich mag keine Google, Willi Sie sind ganz böse drauf Aber da sieht man mal Was es für Gegner schon alles Seit dem ersten Super Mario Spiel gibt Gab Ne, 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 ne Habe ich noch Leben, ja, 4 Okay Okay Gehen wir die Sache gechillt an Meistens ist gechillt einfach besser Wie gesagt Unter Druck Gehen viele Sachen einfach nicht Das habe ich glaube ich im letzten Part gesagt Aber ich nehme den Weg gleich der Mark auf Wow Lass mich einfach durch Keine Kugel will ich mehr Danke Aber jetzt sind wir bei Bowser Oh Gott Ich gehe klein ins Bowser Schloss Das finde ich gar nicht so toll Wundervoll Wundervoll Oh Gott Oh Gott Ich Oh Gott Oh mein Gott Was soll ich denn hier tun Was Okay Ich darf hier keinen Moment zögern Was soll ich denn sonst tun Am liebsten wäre es mir gewesen Ich hätte ihn gekriegt Jetzt verliere ich alle Leben wieder hier Bis gleich So Leute Da bin ich wieder Und jetzt geht es ab ins Bowser Level Zurück Zu diesem verdammten Feuerrad Ich bin klein Hab sechs Leben Ist nicht die Allercoolste Voraussetzung Denn Ich glaube fast Dass sie nicht so großzügig sind Und zwei Items in dieses Level bauen Und das hat sich ja voll gelohnt Oh Wieder dieselbe Situation Wie vorhin meine ich Oder Da hatte ich doch auch so eine blöde Situation Also man kann diesen Pilz schon kriegen Unversehrt Aber ich kriege es nicht auf die Reihe Also versuche ich einfach weiter zu kommen Und den Bowser als kleiner Mario zu besiegen Was aber glaube ich nicht gerade einfach wird Warten Und dem Tuch Und dem Tuch Oh mein fucking Gott Oh Gott Oh Gott Ich habe mir das Spiel leichter vorgestellt Muss ich zugeben Thank you Mario But our princess is in another castle Wollte ich mich verarschen Ich will jetzt die Prinzessin Gebt mir die Prinzessin Naja Ach Machen wir mal weiter Ach egal Wir machen weiter Und wenn es nicht passt Dann Trenn ich es halt einfach Hier im Video Bearbeitungsmodus Nicht gegen Lakitu Danke Obendrauf macht nichts Aber unten drunter Ist glaube ich schlecht Das dürfte auch hier schon gewesen sein Aber man kann irgendwie Nicht auf ihn springen Denn er flüchtet eh immer zu schnell Oder? Ah Hätte ich ein bisschen anders lenken müssen Ist das schon das Ende? Das wäre echt cool Wenn das das Ende wäre Ja Ja Das ist das Ende Das ist das Ende Ende der Fahnenstange Ja Mein Gott Ich muss mich gerade noch so ein bisschen Von dem Bosser Schloss erholen Ich weiß auch nicht Das hat mich jetzt gerade irgendwie fertig gemacht Ist da wieder was drin? Nein Nein Irgendeine Röhre muss doch was drin sein Na Nicht Enttäuscht mich nicht Mensch Ich hätte mich so gefreut mal in den Untergrund zu können Aber nein Ist da was? Nein Ach Das kommt Das kommt jetzt irgendwie ganz gut Ja Bin ich ganz froh drum Damit kommt man doch ein bisschen entspannter durchs Leben Mario Ach Nicht schon wieder eine Unterwasser Passage Nein Ich mag Unterwasser nicht Zu gehen Oh Auch wenn sich die Musik eigentlich ganz gut anhört Ach so Danke Wenigstens keine Hammerbrüder oder sowas mehr in der Nähe Okay Das war eine schlechte Idee Das war gar nicht so gut Nanananananana Boah das war Glück Ich glaube jetzt kommt gleich das Ziel Und ich hoffe es auch irgendwie Ja Das sieht sehr nach Ziel aus Nein Du nimmst mir meine Feuerblume nicht Ich mag meine Feuerblume Die riecht wie wir festgestellt haben Gut Ja Wie ist es eigentlich Essen die eigentlich die Blumen Oder stecken die sich an Und haben dann diese Macht Oder haben sie sie vielleicht in den Händen Und schießen daraus die Feuerbälle Aber warum würden sie sich dann verfärben Wenn sie sie nicht irgendwie zu sich nehmen Hm Naja Nintendo Logik Oder Videospiellogik allgemein Videospiele müssen keine Logik haben Wäre ja langweilig Wenn alles logisch wäre In Videospielen Die fahren unregelmäßig Ist dieser Fehler noch zu fassen Ich glaube es kaum Ich glaube es kaum Es läuft gerade nicht so Wie es gerade soll Dabei war das doch eigentlich Gar nicht so schwer Dieser Sprung Wie gesagt Ich finde das Timing immer noch blöd Von diesen Blöden Plattformen Boah Danke Mario Dass du das getan hast Was ich dir vorgegeben habe Gut Da muss man sich fast schon bedanken Bei alten Spielen Wenn das passiert Was man sagt Mhm Genau auf diese Weise Genau das war das was ich ihm gesagt habe Ja Er soll jetzt da runterfallen Habe ich gemeint Und er hat es getan Ja Das war alles geplant Nicht Aber das hier sollte wieder geplant ablaufen Ja Und tut's auch Danke Spiel Muss ich mich wieder bedanken Dass es jetzt wieder funktioniert hat Ich hasse irgendwie Ich hasse irgendwie diese hohen Level Da gibt's so viele Fallen Und Abgründe Wie soll ich denn das noch schaffen Es war nicht mehr zu schaffen Ich verbrauch mir alles selbst Zwei Leben Ich will nichts wieder Game Over gehen Das ist doch kein so langes Spiel Wie soll man da 10.000 Mal Game Over gehen Oh Gott ist das jetzt hoch Beim nächsten Mal Oh Gott Immerhin den Pilz hier kriegen wir mittlerweile ganz gut Was springst du denn so scheiße Mario Ich will doch nur noch dieses Level schaffen Bis gleich So Leute Da sind wir wieder in diesem Level Ich weiß auch nicht was heute los ist Mein Gott Es läuft nicht so ganz Es läuft nicht so ganz Ja genau Und warum bleibe ich immer auf dem B Knopf Also auf dem Rennen Knopf Eigentlich ist es dumm Aber ich bin ein ungeduldiger Mensch Ich will halt einfach schnell vorankommen Oder zu langsam Wenn ich ihn nicht drücke Dieses Trampolin macht meine Nerven nicht besser So bitte Danke Danke Nicht Danke Vorher habe ich ihn doch dauernd geschafft Wenn ich ihn doch nicht Ich habe ihn doch schon Ich habe ihn doch auch von mir Ich habe ihn doch einfach Wenn ich ihn doch viel Ich habe ihn doch nie Ich habe ihn doch nicht Das ist noch ein bisschen Ich habe ihn doch nicht Und ich muss jetzt Jetzt muss ich nicht am Anfang anfangen. Anfang anzufangen. Ja. Da ist der nächste Bowser. Okay, beim zweiten Anlauf. Ich glaube, den Bowser packe ich jetzt noch ein und dann geht es im nächsten Part weiter. Wenn ich nicht wieder 10 Stunden faile, sonst kommt er vielleicht doch dann in dem nächsten Part erst der Bowser rein. Ein geduldiger Mensch sage ich da nur. Mehr sage ich dazu einfach nicht. Lass es nicht zu schwer sein diesmal, bitte. Oh. Okay, das Spiel hat kein Erbarmen mit mir. Wir sehen uns an dieser Stelle. Ah, ne, ach Quatsch. Was soll denn das? Ihr seht doch eh gleich, dass ich vielleicht sterben werde. Ich bin ein Pessimist. Ich gebe es offen zu. Ich habe nicht die allergrößten Hoffnungen, dass ich das hier lebend überstehe. Sowohl mein körperliches Ich als auch... Oh Gott. Oh Gott. Mal war mein Timing, sowas zu gebrauchen und die Plattform an der richtigen Stelle. Oh Gott. Thank you, Mario. But our princess is in another castle. Ja, gut. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.